Könntest du noch einmal kurz wissen? Ich. Und wie heisst du? Anika. Und heute ist welches Datum? 10. Stellung. Perfekt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein schönes Datum. Ein bisschen zu einem. Okay, bist du gut zu wissen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Und ich möchte, dass du irgendeine Karte weisst, aber nicht, äh... 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 Schau dir an. Du hast zufälligerweise Schäublefeutig. Nein. Nein. Aha. Aha. Das ist zufälliger gewesen. Ja. Zeig noch an die Kamera. Das ist zufälligerweise Schäublefeutig. Hm. Hm. Ah. Aber ich möchte, dass du noch einmal eine weisst. Ja, gib mir das auch. Du darfst auch die oberste, die harte Zähne, oder irgendeine zwischen dir. Wieder frisch. Ja. Ich kann noch nicht anschauen, ich werde es irgendeine wählen, aber du hast wieder Schäublefeutig. Ja. Ja, ja. Das ist wieder einer von diesen Schäublefeutigen. Ja, gut, okay. Das ist so viel Schäublefeutig. So viel Schäublefeutig. Und ich mag es bis zu so ein paar. Kannst du noch einmal eine andere wählen? Nein, ich kann sie auch irgendeine zwischendrin greifen. Also, es ist zufälliger, es ist wieder Schäublefeutig. Das kann ich nicht sehen. Das kann ich nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Das ist das Schäublefeutig. Ich kann es nicht sehen.